Ohne und Moinzen zum VfB aktuell mal wieder, muss man ja sagen, zu Sascha Kalajdzic. Erstmals aber wohl mit was richtig Handfestem, würde ich mal sagen. Es gab ja ganz früh Gerüchte um Bayern München und Dortmund und so weiter. Nun aktuell gab es welche zu Manchester United, da hieß es, er ist auf der Liste. Aber es gibt noch kein Angebot. Und United ist ja auch komplett verzweifelt auf der Suche, da gibt es ja so viele Gerüchte. Dann hieß es, dass Kalajdzic abgesagt hat. Ich meine, besser ist es, also ehrlich, so wie es gerade in Manchester läuft, das muss man sich glaube ich nicht antun. Aber es klang schon so durch, dass wenn noch was passiert, dann wird es wohl England, weil die sind auch die einzigen, die die Kohle auf den Tisch legen können. Wir wollen wohl ganz sicher die 25 Millionen haben. Es ist auch gerade genau sein aktueller Marktwert bei Transfermarkt.de. hat er noch ein Jahr Restvertrag und laut Berichten will er uns ja nicht ohne Ablösesumme verlassen. Kam 2019 für 1,75 Millionen Ablöse aus Österreich von Admira Wacker. Wäre also ein fettes Transferplus. Hier ist die Tage auch, dass Missintat mit einem heißen Transferfinale rechnet. Heute dann auch dazu passend die Berichte von einem Wechsel zu den Wolves, Wolverhampton Wanderers aus der Premier League, eben aus England, seien wohl sehr interessiert. Und deswegen meinte ich handfester, weil es sind wirklich einige, die berichtet haben. Sky rund um Plettenberg und so weiter, die ja jetzt auch heute Abend noch, oder jetzt eben am Montag, Mittwoch, Freitag immer ihre Transferupdates haben. Und auch natürlich währenddessen die ganze Zeit tweeten und so weiter. Auch hier Ornstein, oder wie man ausspricht, Ornstein auf Deutsch. Ich glaube, Ornstein auf Englisch wahrscheinlich. Aus England, der ja eine sehr kredibile, kredibile ist falsch, das ist völlig das falsche Wort. Aber ich, ne, das ist völlig das falsche Wort, merke ich gerade. Aber ja, eine Quelle ist, die sehr sicher ist, so richtig formuliert. Und natürlich auch Fabrizio Romano alle berichtet. Deswegen meine ich das hier. Gibt wohl eine verbale Einigung zwischen Spieler und Verein. Es geht noch um die Ablöse. Wolfs bietet nur irgendwie um die 20 Millionen. Wir wollen auf jeden Fall, wie gesagt, die 25 haben. Also auch da, das sind keine Weltenunterschied, gerade für den Premier League Club nicht. Das würde man, da würde man sich schon, ja, in der Mitte treffen können oder auf einem Weg treffen können. Das heißt von Sky, hier nehme ich David, David Ornstein, ich spreche mal so aus. Er sagt, gute Quelle, spricht von Interesse, noch keinem Angebot und so weiter. Und spricht auch da, dass er eben, Kalajic, einer auf der Liste ist von den Wolves. Also nicht der Einzige auf dem Radar von denen. Fabrizio Romano berichtet von konkreten Gesprächen. Verhandlungen seien am Wochenende gestartet. Und ja, Kalajic winkt einen Fünfjahresvertrag. Also schon so konkret wie noch kein Gerücht zu Kalajic bisher. Und ja, da hat er schon eine Insta-Story rausgeballert und einen Retweet abgelassen. Also das ist natürlich die Plattform, Twitter oder vor allem auch Instagram-Story eben, wo er noch aktueller am Start sein mit den Geschichten als auf YouTube, ist ja ganz klar. Und ja, ist jetzt nicht unbedingt der große Schritt zum nächsten, oder der nächste große Schritt zum Top-Club. Formulieren wir das mal so. Das ist ähnlich zu Mangala, nur dass ich finde, dass bei Kalajic Leistungen mehr drin wäre. Bei Mangala war ja nicht unbedingt so viel mehr drin, als eben jetzt der Nottingham als Aufsteiger, die ja sich komplett ihren Verein neu zusammenkaufen, nach eben dieser, ja doch schon inkonstanten letzten Saison. Bei Kalajic hat eben, was Tore, was Vorlagen angeht, hat er halt absolut immer abgeliefert. Aber bevor ich da ein bisschen in Kritik gehe eben, so ein bisschen Wechselkritisier, will ich hier Kalajic raten, also positiv. Weil ich bin einer, der ihm den Wechsel zu einem Top-Club zutrauen würde. Gab aber vor allem die Debatte rund ums Thema, ja, ist ja Bayern-Material, würde das funktionieren? Haben mir für ihn nicht zugetraut. Ich wäre einer gewesen, der ihm das zugetraut hätte. Er hat 2019 gekommen, ein Jahr komplett verletzt gewesen. Erste volle Saison war dann 2021 als Aufsteiger in der Bundesliga. Und dann macht er in 33 Spielen 16 Tore und 6 Vorlagen. Dann letzte Saison Verletzungspech, Corona-Abstiegskampf pur. Kam dann trotzdem zurück und macht in 15 Spielen 6 Tore und 2 Vorlagen in so einem komplett verunsicherten Team. Auch diese Saison wieder 3 Spiele, 3 Vorlagen. Damit Top-Scorer bei uns in dieser Saison. 2021 auch. Letzten Saison war er auch Top-Scorer mit den 8 Stück eben als Angreifer. Weil Sosa hatte 9 Stück, 9 Scorer am Ende. Also deswegen, ich will ihn komplett gewertschätzt haben. An der Stelle ist auch, was das angeht, eine Win-Win-Situation in Sachen Geben und Nehmen. Ich bin auch einer, der sagt, wir haben extrem viel gegeben. Wir haben ihm sehr viel Zeit gelassen, Vertrauen in ihn gesetzt. Wir hatten problemlos, auch gerade in Richtung Bundesliga, nachdem auch Gomez seine Karriere beendet hat, Probleme sagen können, ey, wir wissen nicht wieder zurückkommen nach der Verletzung. Vielleicht holen wir doch lieber nochmal zur Sicherheit einen neuen Stürmer. Haben wir auch nicht gemacht. Aber gleichermaßen natürlich auch, er hat abgeliefert. Die Stats sprechen für ihn. Er hat abgeliefert, jetzt diesen Sommer sehen wir natürlich ein bisschen unbeliebter gemacht, mit dem Wechseldrama. Also es wirkt schon so nach dem Motto, wenn mich wirklich keiner will, dann bleibe ich. Also so wirkt es auf mich. Und nun eben zum Wechsel. Wulffs jetzt ist er 10. geworden in der Liga. Die haben durchaus Ambitionen für Conference League und EuroLeague. Ich glaube, da haben sie sich auch die letzten Jahre mal für qualifiziert gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mehr aber eben auch nicht. Wie gesagt, es ist nicht der große Schritt zum Top-Club. Und wirkt eben damit so ein bisschen, wie gesagt, auf Teufel komm raus. Hauptsache wechseln. Und selbst da, wenn man sich mal den Kader anguckt, muss er gucken, wie viel er spielt. Die haben einen Angriff. Das sind vor allem Flügelspieler. Auch hier Neto ist in den Gerüchten als Abgang. Arsenal ist interessiert. Aber da kickt jetzt ein Gonzalo Guedes, der neu zugegangen ist. Da kickt, wie gesagt, ein Neto. Ein Podenz oder Podenz kickt da. Adama Traurie spielt da. Raul Jimenez im Sturm. Die haben jetzt auch hier Hishan Wang geholt von Leipzig, dann fix geholt. Kudrone ist zurück von der Laie. Da musst du halt erstmal Stamm spielen können in der Mannschaft. Also auch da Einsatzzeiten mal gucken, ob er da mehr bekommen würde als bei uns. Zum Start bezweifle ich das erstmal. Aber mal schauen. Wie gesagt, ich traue ihm hier einiges zu. Finde Transfers ein bisschen vergleichbar mit dem von Nicolas Gonzalez. Der ist ja auch zu Florenz. Auch europäische Ambitionen, aber halt auch nicht so das Größte der Welt. Auch in Italien nicht. Spielen jetzt, glaube ich, Conference League Quali. Also auch nicht der Schritt zum Top-Klub. So von dem Vergleich, finde ich, passt das eigentlich ganz gut. So von dem Klub, wo sie hingegangen sind. Und was man eben sagen muss, die Kohle stimmt. Also wenn da 20 bis 25 Millionen kommen für ein Jahr Restvertrag, dann passt das. Wir haben einen fetten Profit gemacht. Und auch, was man sagen muss, wir hatten ja auch oft die Angst, scheiße, jetzt wechselt der am 31.8. noch blöd. Man hat jetzt halt noch, wenn es jetzt demnächst dann durchgeht natürlich, hat man noch eine oder jetzt halt aktuell noch anderthalb Wochen Zeit für einen Ersatz zu sorgen, bis eben am 1.9. das Transferfenster zumacht. So oder so, auch wenn der Transfer jetzt erst am Freitag offiziell wird, es ist ja nichts Neues. Also man fängt ja nicht von Null an. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, dass Kalajic wechselt. Man weiß ja lange genug davon, da wird eine Liste da sein bei Mislintat, die man dann doof gesagt nur noch abhaken kann, wenn man es mal so naiv über den Transfermarkt sagen kann. Ganz neutral gesehen also, er bekommt seinen Wechsel, hat bei uns abgeliefert, wir bekommen Kohle. An für sich, so neutral gesehen, passt. Hoffe auch sehr, dass wir da eine Weiterverkaufsbeteiligung uns holen. Und man muss ja auch sagen, dass Kalajic ja auch in Anführungszeichen schon 25 ist. Da kann man mal den nächsten Schritt auch durchaus wollen. Ersatz könnte, hier ganz kurz angesprochen, könnte Zürcher natürlich werden von den Bayern. Letzte Saison hat er in Belgien sehr gut gespielt, seine Tore gemacht bei Anderlecht, sein Leihklub, die auch sehr interessiert an ihm. Gibt viele Kandidaten, Gladbach wurde auch genannt, Premier League Klub, Serie A Klubs aus Italien. Wird weiter interessant sein, wir sind weiter auch interessiert. Laut der Bild ist das Missenthalts Wunschstürmer. Ablöseforderungen hier also zu 100% noch viel zu hoch. Also die Bayern wollen 20 Millionen, hieß es mal. Viel zu viel gesagt, ich denke arg viel mehr als 10 werden wir nicht zahlen. Mal sehen, wie es da aussieht. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren zu Kalajic und allem drum und dran. Danke fürs Zuschauen, alle die neu am Start sind. Gerne das kostenlose Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.